Führung, Selbstführung, Verantwortung, dazu braucht es einen roten Faden. Und Sicherheit, Risiko, Sicherheit, Notfallkrisenmanagement, muss wie ein roter Faden in der Struktur des Unternehmens eingewoben werden, dass es sichtbar ist und nicht an einem Punkt fixiert und je nachdem wie der Wind weht, geht der Faden nach links und rechts. Sicherheit muss in die Struktur des Unternehmens eingewoben werden, sichtbar. Überlegen Sie sich mal, ob Sicherheit bei Ihnen im Unternehmen, im Organigramm, nach außen sichtbar ist.